Von Bialik, was hat Bialik geschrieben? Das war die erste Lied, das Bialik geschrieben hat, sein erstes Lied. Und Dumnove hat er getroffen in Riege? Ja, mit Dumnove war er getroffen in Riege, ja. Aber in Rang habe ich sehr viel Tons geschrieben, habe auch geschrieben. Hine in Dauvgopios. Ich bin nach HW gefahren in Dumnove. Aber Ihr Parnosse ist schon damals gewendet, Stollerei? Was? Ihr Parnosse? Ich habe die Frau gesagt, es ist ein Wittel von Util. Was ist das? Util, Eisen, Trabkes, Tücher, Beiner. Das ist ein ganzes... Fardem? Fardem, ja. Und mit Stollerei? Nein, nein, das ist in Norden gekommen. Und Fardem? Fardem gekommen, wenn ich 20 Jahre fahre. Und was hat die Gitarre? Ich habe eine Stollerei übergearbeitet. Ich habe Russisch übergemacht. Kinder zum Russisch, wenn ich was was zu schreiben. Bei Dillen. Doch ihr wollt gerne als Historiker? Bei Haubegut habe ich Historiker. Ich habe gesagt, dass das, was man schreiben kann, ist eine Präseiker. Das ist nicht ein Geschicht, aber das ist nicht ein Geschicht. Schlömelechem ist ein Historiker. Ich will wissen, wie er gelebt hat in seine Zeiten. Und Schlömelechem muss ich etwas geschrieben, wenn ich besser davon nicht. da a greifen dank mit der von tiefen herzen dank wird uns sehr geholfen und noch mehr von sich da freit nach sieben jahren wir haben gefunden mit uns treffen noch wir sind sehr zufrieden haben wir auch mal getroffen und wir wünschen euch ein sachjahr von gesund und von guten stimmungen und von guten nahes es soll auch sein gut haben wir haben amein amein mein kreifen dank hey baby Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich weiß es gut. Der ist in Israel. Nicht in Israel, sondern in Amerika. Nein, in Amerika. In Amerika. Ich bin hier. Ich bin hier. Stay behind. Ja. Ich bin hier. Du bist auch in der Magille? Nein. Nein. Schlau. 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 Ich bin hier. Schlau. 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 Czy Adam. Ich bin hier. Ich bin hier. humourt a. obviously. Wir sind hier. in ander. Schlau. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber in was habe ich mit dir gehört? Wie hat er geheißen gelingt? Aber dort, wo er hat gedacht und wo sie dort haben. Dort, in der Meerschimke. Meerschimke hat eine Sprache dort. Wir haben gelebt auf alleine, nicht weit von uns, wo wir haben gelebt. Auf alleine, aber sie existiert jetzt. Rufst schon an sie. Fade Mechome ist gewähnt, die Grenzen nicht weit mit Peeln. Ignalina ist schon gewähnt Peeln. Für sie ein Glitte. Wilne, 20 Jahren, Ignalina. Das ist gewähnt Peeln. Das ist gewähnt Peeln. Das ist gewähnt Peeln. Was? Wilne gewähnt. Nein, Wilne gewähnt. Blois von 39 Jahren. Von 39 Jahren, ja. Bis 39 Jahren. Das ist gewähnt Peeln. Richtig, richtig. Ich habe dann gedacht, dass die Hitler oder sie ein Ungefallen sind. Ja. Als Peeln. Ja, wenn sie ein Wege haben. Ja, wenn sie ein Wege haben. Wilne. Ich habe was gefragt, ich war der 20 Jahre alt mit dem Grenzen. Ja, ja, ja. Mit Flak in vorne und ein Litte. Mit Flak in vorne und ein Peeln? Mit Feeln? Mit Feeln? Mit Feeln? Ich frag, ich weiß nicht. Nein, ich gehe. Bis 39 Jahren, wenn ich mich in vorne und ein Wege haben. Ich gehe auf keinen Anno. Auf ein Litte ist man gevoll. Ein Litte mit Flak in mir vor. Mit Feeln wein ich ja. Nein, man flägt nicht vor. Wer hat mich interessiert Peeln hier. Man flägt vorne in Peeln. Wir flägt vorne in Litte. Wir haben eine eigene Maschine. Wo flägt der vorne? In... In... Es ist in, Gott sei Dank... Sklerose. ... Wir... ... Zerassai, dann gewann Assach, Städtlach, Ignalina, Ignalina, das gewann Litte, Litte. Bis 1931. In 1931 ist gewonnen Litte. Ignalina? Ja. Ja, die denken an micheleg'ver und in der Ignalina, dann haben wir euch gehabt, die Atom-Elektronen. Ah, das ist aus Nordemogomä. ليg vrege als Fahldemog? Wohördermogomä! Ja, das denkt ich nicht. Ja, ich wege als Fahldemogomä. Das keinem ich die Opferdwöldemogomä. Ah, das denke ich, ja. Als Sache, wo ich vielleicht sein will, das denke ich. Was noch gedenkt dir von deinem Leben Vater? Vater, Zweiter Welt. Nun, wo es hier mir gewöhnt haben, sicher gesagt, gelernt, noch ein Ende in die Schule, die jüdische Schule, die jüdische Schule, bin ich gegangen, lerne ich in andere Schule. Ort. Und da in Daubert, wo ich sie gewöhnt, als Handwerker Schule, als Mechaniker. Und dann bin ich auf der Sotten, Geoge lernt sich drei Jahre, und ich verändige die Schule, und dann bin ich auf der Weg, lernt sich in Technikum, Eisenbahn-Technikum, da in Dwiensk. Und vor dem Malchoma, vor dem Malchoma, im 41. Jahr, hab ich es geändigt, und wir bekommen Dokumenten, ungefähr, am 12. Juni, im 41. Jahr. Und am 26. Juni, sind wir gelaufen von Daubert, mit der ganzen Besprache. Und wir sind, und wir sind, und wir sind, und wir sind, gekommen auf die Bahn, und dort gestanden nach Schallon, und hinten haben sich gesetzt, in die Wagone, in die, und hier, und wir sind, wir sind, und wir sind, und wir sind, und wir sind, evakuiert gewonnen. Aber was habt ihr sich evakuiert? Ihr habt geglaubt, dass die Deutschen sehr schlecht von ihnen sein? Und ich habe gehört, was sie tun mit ihnen, was sie tun dort. Und der Lieber sagte, sie kommen die Zeit, sie sind ungefähr am 26. in Dwiensk. Und so hat uns geglickt, wo wir geglickt. Und am selben Tag ist der Weg in der Schallone in Russland. Und wir sind mit der Bahn. Mit der Bahn? Der 26. Juni. Wer ist der Weg? Der Vater, die Mutter, ich, mein Bruder und die Schwester. Bruder und Schwester. Wie heißt der Bruder? Abrasche. Er ist gestorben. Und die Schwester? Tanja. Sie lebt? Sie lebt, sie ist in Amerika. Wo in Amerika? San Francisco. Nein, ich bin von New York. Sie ist von San Francisco. Eine schöne Stadt. Ich schmecke, aber sie ist wunderbar. Ich weiß. Sie gelingt mir sehr oft bei einem Telefon. Sie ist gewöhnt, aber ich sehe. Wie lange lebt sie schön dort? Von 89. Von 89. Von 89. Ja. Der Bruder Abrasche ist gestorben dort? Er ist dort gestorben. Wir haben gewöhnt auf Mulchoma. Er gewöhnt auf Mulchoma. Er gewöhnt auf Mulchoma. Und dort ist er gewöhnt geräint. In Fuß, in Kli. Und als Invalid ist er gekommen nachher. No da Mulchoma. No da Mulchoma nachher gekommen die Mama. Mir, ich bin. Gewöhnt zu der Zeit. In jener Zeit bin ich schon gewöhnt. Zugenommen. Und dann arreistiert. Und ich... Ihr versteht. Das bekommt man bei uns. Ich erzähle euch mit dem ganzen Zykel. Von Anfang. Bis zum heutigen Tag. Nachdem wir es schon angefangen haben. Die Mulchoma sind mir weggefallen. Er evokiert sich hin in Kasachstan. Aber sie gewöhnen jeden Dorf. Haben sich nicht evakuiert. Weil sie haben nicht gelebt. Dass das Deutsch wird. Ja. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Von anderen. Die haben nicht bewiesen. Die haben nicht gewöhnt. Die haben nicht gewöhnt. Die haben nicht gewöhnt. Ich habe gedacht. Ich habe gedacht. Die haben nicht gewöhnt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin nicht weggegangen. In der управление von Turkestaner Sibirische Eisenbahn. Turkestaner Sibirische Eisenbahn. Und sie haben mir vorgelegt. Zu einer Arbeit. Ungefähr bei 150, 180 Kilometer von Almaty. Stanzia Sariosek. Ich bin nicht weggegangen. Ich bin weggegangen. Und ich habe dort einseitig. Die Eisenbahnarbeiter. Ich habe gerne eine Bräume. Ich werde sie vielleicht nicht nehmen in der Armee. Und ich habe eine Bräume bekommen. Bis zum Ende von Dammohoma. Und ich habe dort noch gearbeitet. Es ist bis zum 1944. Und am 2. Februar. 42. Jahr. Seien kommen zwei Menschen. Die Tschechisten. Auf der elektrischen Stanz. Wo ich gearbeitet. Und sie haben mir zugenommen. Und haben wir geführt. In Almaty. In Zürma. In Zürma. Und man hat mir dort. Es ist. Ich weiß nicht, wie es sagt. Na Fittisch. Suzili. Zugerät. Auf zehn Jahre. Als antisovietische Propaganda. Und agitation. Und das ist das. Keine Sache. Absolut. Es ist eine ganze Geschichte zu erzählen. Wie heißt es nicht, dass sie kommen zu lernen. Einer meiner. Ein Gehilfe. Ein älterer Elektrik. Und er ist eine Kandidatin der Partei. Allein ist sie gekommen von Lévow. Und dann, im 44. Jahr ist es gegangen, es gab einen Menschen, die uns schon gehabt geredet haben, dass wir in der Armee eine Eisenbahn arbeiten würden. Und dann hat er verstanden, dass eben er mir von dort nicht zunehmen, dass ich nicht die Stanz nicht mehr geredet habe. Zu der Zeit bin ich schon geholfen von dem Nachhaltig von der elektrischen Stanz. Und er hat mir geholfen. Er hat einen Ton geschrieben von mir. Hier bin ich von einer Burgeuse in Lettland gekommen. Und ich habe das erzählt, da in Lettland ist der Leben gewöhnt sich ihrer Butter. Und er hat eben gewöhnt, dass sie einen ist. Und von dem habe ich gewöhnt. Und er hat mir das lange zehn Jahre angefangen in Lager. Auf dem Oral. Auf dem Oral. Und dort bin ich hochgewerden. Auf dem, wie sagt man auf Fittisch, Lesa Pawal, weiß ich nicht. Lesa Pawal, wo man vielleicht die Säcken, die die Bämer haben. Tag. Und acht Jahre bin ich dort gewöhnt. Und zwei Jahre bin ich gewöhnt nach Vercuta. Vercuta, das ist dort bei der Kehl. Wo man grob von der reinen Kehl. Dort zwei Jahre bin ich hochgewerden. Und von dort bin ich gekommen zu Rikaheim. Zu den Wamen. Daher in Trinsk. Da habe ich geheirat. Und bei mir sind zwei Kinder. Zwei Tochter. Eine Tochter. Mit ihren Kindern. Was ist sie da? In Erztroh. Ja. In Erztroh, ja. Das ist die jüngere Tochter. Die, was sie von 56. Jahr? Ja. Wie heißt sie? Rita. Ja. Rita. Ja. Und die zweite ist, und das sind die Kinder ihre. Und die zweite ist, Lia. Sie ist nicht weit von Rikaheim. Eiskraukle. Eiskraukle, sie ist eine Lehrerin. Sie ist ein Lehrerin. Von welchen Jahren ist sie? Sie ist mit einem Jahr älter geworden. Sie ist mit 54. Jahr geboren. Ja, 55. Oder wie lebt sie hier? Normalerweise lebt sie gut. Hier ist ein Kind. 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 Ich habe Bilder von Vater mit den Urlaub in Ihrer Sprache. Von Vater mit den Urlaub. Von vorne mit? Ja. Ja? Ja? Ja. Und das ist das Foto, meine Mutter. Ja. Das ist der Foto und die Mutter. Ja, und das ist die Mutter. Ja. Noch einmal den Namen. Das ist der andere. Das ist Josef. Josef. Akein. Und die Mame? Und die Mame ist Dinah. Dinah. Dine. Von welchem Jahr kennt er sein Bild? Der Bild? Are you talking here? Schwer zu wissen. Das hier ist Zössi Weißtois. Ich meine Dossi ist 30. Und Dossi wieder, und Dossi die Bobe meiner von Preil, mit der Mutter. Die Bobe hat geheißen Sarah. Sarah. Und die Mutter Dine. Und hier ist wieder die Mutter. Und hier ist wieder unser Spruch. Hier ist der Vater. Wo seid ihr? Hier bin ich. Und hier ist mein Onkel. Jude hat geheißen. Weiß noch einmal auf sich allein. Und hier. Und hier ist ein Bruder. Mein Mutters Bruder. Jude. Jude. Und nachher bist du hier vom Vater gekommen? Oh. Das ist schön. Und hier ist wieder unser Spruch. Ich bin hier älter. Hier bin ich ungefähr ein Jahr 16. Und hier ist wieder der Vater, die Mutter. durch den Bruder und die Schwester. Der Bruder und die Schwester. Ja. Und dort bin ich. Ist der Bruder Abrasche? Abrasche, ja. Und hier ist Abrasche. Abrasche ist er von welchem Jahr gewesen? Er ist vom 24. Jahr. Und die Schwester Dine? Nein, die Schwester... Nein, die Schwester... Nein, die Schwester... Tanja. Tanja. Er ist von welchem Jahr? Tanja ist er von 27. Jahr. Und das ist Jontes, der Schabelser? Und das ist Pesach. 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 Ja. Und wo seid ihr? Hier bin ich oder da bin ich. Aha. Auf der Fotografie von Pesach, von welchem Jahr könnt ihr sein? Ungefähr. Ungefähr. Ah, da bin ich von Technikum schein. Das ist 38. Jahr. Ja, da bin ich von Technikum. Ja, da bin ich von Technikum. Na, da bin ich von Technikum. Ich kann mich von Technikum. Und wo ist das gewesen? War es ein Stück? Ja. Und das ist hier eine alte Fotografie von Prägen. Und das ist mein Päscher. Und das ist Jude. Und das ist mein Onkel. Und das ist Lippe. Seiner Bruder. Ach, mein Onkel. Wir kennen auch, und das seid ihr. Das bin ich, ja. Und das ist? Das ist mein Bruder. Das ist der Bruder Abrasche. Das ist Schmuel und Abrasche. Und das ist Tate, Mama. Und die Tate, Mama, das ist Josef. Und Dina. Und Tania. Und Tania, die Schwester. Und Tania. Und das sind andere Menschen gewesen? Nein. Das ist meine Mutter. Und da? Das ist meine Mutter. Und das ist meine Mutter. Und das ist meine Mutter. Die Frau, sie kamen in Moskva. Und die Frau, sie kamen in Moskva. Und die Frau, sie kamen in der General. A General in der Sowjetunion. Das ist mein Bruder, das ist meine Mutter, das ist meine Mutter, die Mutter war sehr schön, sie war Miss Daugophels. In welchem Jahr? Sie war verheiratet und hatte Kinder. Mit mir? Ja, damals war die Jüdische, nur in Schrott, faktisch. Sie war sehr schön. Und da steht auch, das ist ein Jude, und das ist ein Jude. Und da? Das bin ich. In welchem Jahr? In acht und vor dem 41. Jahr. Was war der Hitler? Technikum. Was hast du gelernt im Technikum? Eisenbahn, Eisenbahn. Und das ist, was ist mit der Eisenbahn. Eisenbahn studiert. Also was hat das zu tun mit Eisenbahn? Mit Diesel, mit Mechanik, elektrisch. Und da bin ich schön. Und das bin ich wieder. Das ist ein Eier-Arbel. Und wie heißt das Eier-Arbel? Eisenbahn-Arbel? Eisenbahn-Arbel. Das ist mit Ihrem Gewinn als Techniker. Von Eisenbahn? Ja, von Eisenbahn. Die elektrische Stanz. Und nachdem wir kommen? Nachdem wir kommen? Nachdem wir kommen, bin ich gewann, wie sagt man, für die Schwester. Wir haben gewann, 25 Jahre, bin ich auch gewann als Nachhaltig von einer Filial von RIDIA. Spät-Style-Konstruktion, hat sie gewissen. Wir machen Metallkonstruktion. Von Metallkonstruktion fahren Hufbäuen. Von Böen. Von Fabriken und so weiter. Von Fabriken und so weiter. Und da bin ich schon dort gekommen. Und da sind meine Freude. Und da sind meine Freude. Da sind meine Freude. Die Freude ist meine Aletische. Und die Freude ist meine. Und die ist hier. Aletische. Wie hat sie geheißen? Lieder. Sie ist gestorben. Wie? Die Freude ist gestorben. Sie ist gestorben. Wie lange? Lange, schon 13 Jahre. Oh, lange. Wie ist sie. Sie ist sehr schön und sehr... Ach, fain. Wie sieht das aus, fain. Sie gewöhnt nicht mehr für jüdische Freude. Aha. Nicht mehr gern. Und da sind meine Kinder. Aha. Aber wir kommen die Kinder noch mehr nicht da. Wie, wie? Vor dem Alfa? Nein, da ist sie nicht da. Gut, wir reden noch ein bisschen. Also, ich möchte er wieder kennen. Ja, klar. Ach, klar. Favos hobntate Mame euch geschickt in der Hebräische Show. Du darfst schon in Bosley. Aber du, äh, beide Kassetten wird ihr können erklären. Und wenn wir dich nicht mehr jemanden hören können, dann ist das Ding nicht mehr. der Bedeutung ist grundsätzlich mit der Aufmerksamkeit. Und denn mit mir auch irgendwie... ...sache, die Menschen in der Leitungsgr�, hätte das Glück gefangen können. Gehen, wie das wir hier noch mal sehen. Und das die Leute bei der Leitungsgr�, haben das die Leute, die Leute, die Leute, die Leute ähenotenen uns verletzten, die Leute, die Leute, die Leute wie ihre stöhnen sind. Viens die Leute, die Leute aus der EU und die Leute zu ihr. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Yeah. Ja. 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 Vielen Dank. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und wo waren Frauen? Wo waren Frauen? Wo waren Frauen? Frauen waren auf der Oberfläche. Das ist eine zweite Atau. Wo waren Frauen? Wo waren Frauen? Ja, da haben wir auch immer wieder ansehnt. Da haben wir immer wieder einst Habermas, wo waren Frauen? Wo waren Frauen? Wo waren Frauen? Ja. Ich trage mich aber nicht. Ich trage mich. Wir sind auf eine Schmieders, wir sind nicht auf einer Schmieders, in Ihnen ist eine schmieders. Grönlich. In anderen Städten, der Moschel in Päon, sagt man, es ist geboren, es ist geboren, es ist geboren, aber in Dreussen steht ein größer Schilder, dass sie gewöhnt, dass sie gewöhnt, dass sie wieder gewöhnt. Ich bin nicht in Dreussen. Nein, nein, nicht in Dreussen, nicht in Dreussen. Aber wo ist es nicht? Ich bin nicht in der anderen Städte. 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 Aber die Städte haben nicht in der anderen Städte. Aber die Städte haben nicht in der anderen Städte. Und die Städte gehört zu unserer Städte. Und sie zahlen jetzt Geld. Aber darfst du nicht in der Städte? Ein historischer Städte. Nein? Ich weiß nicht. Ich bin nicht gegen sie. Aber warum machen sie das nicht? Ich weiß nicht. Ich habe mir gefragt. Ich habe mir gedacht, dass wir uns nicht in der Städte herunternehmen konnten. Ich habe gewöhnt. Wir können nicht dort gewöhnen. Wir können nicht nur noch ein Verständnis machen. Aber es ist auch die historische Städte. Wo haben die Städte? Von euch. 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Achschu, achschu! Ich bin eigentlich... Ich bin jetzt mit dir Das ist ein Aschkenazi. In Achtung, Achtung! Ich bin jetzt mit dir mit dir ist Aschkenazi. Mit dir ist es. Ja, mit dir ist es. Aber wenn du lernst dich an die Aschkenazi? Am Aschenazi. Ihr gedenkt etwas von den Lehrern dort? Ja. Wer war dort? Dort war der Direktor von der Schule in Ginzburg. Von einer Schule und von einer anderen, die ganze Schule, war Kajatsky. Und dann gab es Rosenblumen und Gedenkchen. Pleple. Pleple. Ich habe den Fall erwähnt. Pleple. Lille. Ich habe mich nicht mehr auf links. Auf links? Auf rechts. Auf rechts. Riegergast. Das ist die Riegergast. Und das gewöhnt die größten Geschäften alle. Das ist ja, ja, ja. Das gewöhnt die heute Business-Gast. Ja, ja. Das sind alle Geschäften. Gute colours Sie gewinnen Worte auf Jedes apatheten, für keinem den Gedacht. Abarmen Abarme Abarmen Abarmen Ab Haiteten ambäß Dann gestorbenen Müssen Du bist gekommen oder du bist gekommen? Du bist gekommen. Wie sagt man Ucha? Und zwei? Wie sagt man Umedik oder Umedik? Wie sagt man Azetkene, Azelch, Azetike, Azetkene, Takie? Ich verstehe den Worten. Azetike, Azetkene, Azelchene? Azetike? Azetike. Azetike Sachen. Azetike Sachen. Azetike. Azene Sachen. Oder Azene Sachen können wir nicht sagen. Ja, ja. Azene Sachen. Wir haben nicht gesagt Azetke Sachen. Nein. Wir haben nicht gesagt Azetkene. Wie? Azetkene. Azetkene? Ja. Azetkene. Ja. Azetkene. 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 Azene. Azene. Wir haben nicht gesagt Ottemen, Ertemen? Nein, nein. Nicht Ottemen. Nein, nein, nein. Atemen. Und nicht Atemen. Und nicht Atemen. Und nicht Atemen. Und wenn ihr gesagt Dischen? Dischen, nein. Dischen, nein. Dischen, das ist Schafrussisch. Ja. Wie sagt man? Er versagt, das haben gelerbt. Eine Jiden, Neue Jiden, Hele Jiden. Bleue Jiden. Neue Jiden. Neue Jiden. Neue Jiden, ja. Aber ihr könnt sagen Eine Jiden, nein. Nein, nein, nein. Oder mit gesagt Hele Jiden. Hele? Ja. Hele Jiden. Das heißt Bleue Jiden. Ja. Voi sagt man? Aller Leye, aller Leene, Aller Leijke. Oller Le Eh Neue, aller Le, aller Le, aller Lein. Aller Le Neue. Alle, alle, alle... Alle Lehaber Neil. Alle Leine. Alle Leih Ninet. Wie sagt mein altzike Ding, altzeneß Ding, altzeneß Ding? Altzeneß Ding, altzeneß Ding. Altzeneß Ding, altzeneß Ding. Was für eine Farbe ist der Himmel? Wie, wie, was für eine Farbe? Ist der Himmel. Der Himmel? Was ist die Farbe? Der Himmel? Der Himmel ist der Himmel. Der Himmel ist der Himmel? Oder der Ablohe oder der Ablohe? Nein, der Himmel ist der Ablohe. Ablohe, 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 Ablohe. Ablohe, Ablohe. Ablohe. Und Kasche macht man von Gräuten oder Gruppen? Gräuten. Was meint Amoyer? Wie, wie? Amoyer. Ja. Was meint Amoyer? Ja. Was können wir Ihnen Amoyer? Amoyer und Amoyer? Acholisch. Acholisch, ja, Amoyer. Wie sagt man, Banntaten, Banntaten. Banntaten? Banntaten? Banntaten. Wie hat man gerufen dem, wo es lehende Teile in Bismarck ist? Abalkreie, Abalkreie, ne? Wie sagt man von den Menschen? cont collected an 문enden,問en, abode, ab und ab und ab und ab. Was ist un Paar in Brasilien? Ich wenn du nicht sprichst, einfach nimmt. Wie ist es einmal? Das kann man von schwherem etwas mehr zu machen. Es ist zweit. Zwei Quieren. Wie heißt es? Gewieren. Gewieren. Wie sagt man dämolt, dämolt, dämolt. Dämolt? Wie? Dämolt? Ich weiß, wie ich was redscht. Dämolt. Dämolt. Dann? Dämolt, dämolt. Dann ist gewähnt dämolt. 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 Dammelt. Dammelt. Und ich kann sagen, dass Dammelt? Dammelt. 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 Dierst du, were they wereanan? oder was they were 나�ments? Gotcha. Da mussd. Da mussd. Da mussd einmeer gewählen, jungen Kindern. Einer ist ein Wogen, ein Wogen, ein Pferd mit ein Wogen, zwei, zwei Wagens, ein Wogen, zwei Wagens, zwei Wagens, zwei Wagens, zwei Wagens. A Schipka ist Atois. 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 Mit der Jägen von Weißrussland, mit der Gesamt, das Weißrussland auch noch einmal reichen. Wie, wie? Reichen. 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 Aber nein, nicht gehört aus einem Land, Reichen. Ah, Russland, das ist Weißrussland. Ja. Nicht gehört. Reichen. Oder Reichen. Nein, ich habe schon nicht gehört. Weißrussland ist Weißrussland. Wie sagt man, macheteniste, michuteniste? Macheteniste. Macheteniste. Mache. Macha. Machateniste. Macha. Teniste. Machateniste, meine, Machateniste, Gitraja. Macher Tänneste. Macher Tänneste. Ammeret Gier, wie sagt man, Mierlgein? Mierlgein? Mi? Mirwellen Gier. Aber ammeret auch Gier, zusammengenommen. Mierlgein, Mierlgein, Mierlgein. Wir können sagen Mierlgein. Mierlgein zusammen. Mierlgein zusammen. Mierlgein. Mierlgein zusammen. Mierlgein. 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 Mierlgein zusammen. Wie sagt man, Mistome? Mistome. 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 Was ist der Unterschied von Mischproche bis Gesind? Von Mischproche bis Gesind? Gesind? Ja. Ein Mischproche, ein Mischproche, wenn der gesund ist auch gesund? Nein, Gesind, nicht gesund. Gesind? Ein Mischproche. Ein Mischproche. Das hast du schon gesagt. Ja. Mischproche. Mischproche. Mischproche, das ist aber ein Ibris. Mischproche. Oder Fidisch? Mischproche. 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 Neunt. Nunt. Neunt. Wie? Neunt. Agnit klugeer ist ein Narr, jo? Wie sagt man auf zwei? Naröhem? Zwei naröhem. Nutzen oder Nutzen? Nutzen, Nutzen. Nutzen, das ist ein abhängiger Akzent. Nutzen, Ausnutzen. Zu Nutzen kommen oder zu Nitz kommen? Wie, 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 wie? Es kann zu Nitz kommen oder zu Nutz kommen? Zu Nitz kommen. Wie sagt man Plutzlung oder Plutzling? Plutzlung. Was meint Azure? Azure? Was meint Azure? Aponium. Und was meint Azure? Azure ist Aponium. Azure ist Aponium. Ja. Nicht kein Schlechtwort. Nicht kein Schlechtwort. Azure ist Aponium. Es gibt keinen Unterschied von Azure bis Aponium. Nein, nicht mehr. Es gibt keinen Unterschied. Bei uns sind nicht immer. Von Warnet zu von Warnet. Von Warnet. Von Danet zu von Danet. Wie, wie? Von Danet. Von Danet. Wie sagt man Nazat? Nazat? Zurück. In Dvinskaiden, Pocheteiden haben gesagt euch Kerek? Zurück. Nicht Kerek? Nein, nein. Oder Karik? Nein. Zurück. Wie sagt man Cerdak? Der Beide. Der Beide. Richtig. Wie sagt man Pata-Log? 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 Der Beide. Nein. Der Beide. Der Beide. Der Beide. Wie? Polen. Polen? Polen. Ah, Polen. Dill, Dill. Wie sagt man Zabor? Zabor? Ich verstehe. Zabor. Das ist ja... herumgezamt. Aparken? Aparken? Ja, Aparken. Wie sagt man? E-metzer? E-metzer? E-metzer. E-metzer. Nicht E-metzer. Nein, nein. E-metzer. E-metzer. Was ist das? Das ist ja... das ist ein Feder. Man kann sagen, ein Penne. Nein, nein. Feder. Man kann sagen, er wird kommen zu nicht. Ich weiß nicht, zu er wird kommen zu nicht. Ja, oder sie nicht. Nein, nein, zu nicht. Zu nicht. Kommen? Ja, ich weiß nicht, zu er wird kommen zu nicht. Nein, sie er wird kommen, zu nicht kommen. Zu nicht kommen. Zu. Ja. Zu Wetter kommen. Zu Wetter kommen. Wo ist Tracht der Heint? Also ihr Tracht von Amolik in Dwiensk? Wo soll ich Trachten? Bei Amolik in Dwiensk? Ich Tracht wegen gar nichts. Du haben Dwiensk in Dwiensk. Ja, ges Gregv�� estas auch auf den Jungen. Ja, ich bin in Dwiensk. Ja, die jungen Jungen sind noch nicht. James Lennwart 필요 meine jüdischen Land. Es gibt eine jüdische STUF. Die ihre Jungen wurden nur 18.000 bis 20.000 Einwohner. Und die 20.000 Einwohner, wie viele sind in Iden? 20.000 Iden sind in Lettland, in ganz Lettland. Aber wie viele Menschen in Dwiens sind in Bechlau? Ah, in Dwiens? Ja, in Dwiens? 35.000 Iden. Und jeder? 20? Aber wie viele Iden? Ungefähr 18.000 Iden. Eine halbe Stunde mehr? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Mehr Iden sind in Gewinn, frum oder frei? Mehr frei, freihaltig. Mehr frei, frei. Wenn du guckst auf dem, was ich gewinne, dann will sie ihre Sache beschmetter es. Millionen. Sie ist ihre Sache mit mir. Gewinne Sache jeden, was fragen darf denn Schabes, aber nicht alle tollen? Ja. Er ist sehr behind bei uns. Na, ja. Er ist sehr behind bei uns. Nicht nur Schabes. Ich denke, mit meinem Vater. Jetzt kann man den Schabes vielleicht nicht gehen. Aber wir sitzen und machen eine Kürtel. Spielen in Kürtel. Dann können wir eine Kampagne zusammen machen. Und die ganze Nacht. Und gehen in die Beschmeidriss. Vielleicht gehen wir auf Jontef. Jontef, vielleicht gehen wir in die Beschmeidriss. Ja. Ich meine. Als ihr seid, gewinne ein Kind. Vielleicht kommen dann mal jeden von Pälen? Von weit? Von Pälen? Ah, ja. Dann müssen wir doch Kräven gewinnen. Von Pälen. Von... Von... Ja, ja... Von... Ja, okay. Ja, ja. Ja... Ja, ja, ja. Dann... Dann... Ja, ja. Machen wir heute gearbeitet, oder ich bin in den... In Stuhl? In Stuhl. Ich bin gearbeitet, nicht auf Futter. Ich bin eine Kreml. Ich hatte ein eigenes Boot, ein Schiech. Die Schüster kommen nachher, vergeben sie Arbeit, machen die Schiech und bringen sie in Kronen. Und dann verkaufen sie das. Das ist eine ganz schwere Arbeit, das ist eine gewöhnliche Arbeit. Die Fähle nehmen auf den Tisch, schneiden, neu schneiden. Das ist eine ganz schwere Arbeit. Die Jahre, in denen sie verschickt wurden von den Russen, noch einmal? 44? Ja, vom 44. Jahr. Wir sind niemals verschickt, wir sind eigentlich von allein. Aber nachdem? Ihr seid niemals verschickt? Keinmal nicht? Verschickt? Nein. Nein, nein. Wir sind nicht verschickt. Keinmal nicht. Wann seid ihr zurückgekommen? Hier, die Mutter ist gekommen und Norden kommen. Aha. Sie sind alleine gekommen. Und hier? Und hier kommen wir Norden, aber ich habe auch gewöhnt die Lage. Wenn? Ja. Und wo ist das gewöhnt? War es ein Stück? Ja. Und da ist hier eine alte, eine alte Fotografie von Prey. Und da ist mein Päscher. Und da ist der Judo. Und da ist mein Onkel. Und da ist Lieber. Seiner Bruder. Und da ist mein Onkel. Und da ist Lieber. Seiner Bruder. Ach, mein Onkel. Und die Tate, Mama, das ist Josef. Josef und Dina. Und Dina. Und Tania. Und Tania, die Schwester. Und Tania. Und das sind andere Menschen gewesen? Nein. Mehrere Toten kennen wir nicht gerne. Das ist Pesach? Pesach. Und das ist der Tisch mit dem Tod. Das ist Pesach. Und jetzt mal gucken mal, wo sie da sind. Das ist Pesach. Das ist meine Mutter. Und das? Da ist die Schwester, Tania. Das bin ich. Das ist eine Mutter? Ja. Und da ist die Mutter. Und da? Da ist sie sie hier die Mutter. Das ist sie auch die Mutter. Und da ist sie hier. Da ist die Mutter. Und da ist sie wieder die Mutter. Und das ist ihre Schwester. Sie lebte in Moskwa. Ihr Sohn war als General. Ein General in der sowjetischen Armee. Das ist die Mutter meiner. Das ist die Mutter. Die Mutter war sehr schön. Sie war Miss Dalgolfitz. In welchem Jahr? Sie war sehr schön. Sie waren verheiratet und hatten Kinder. In welchem Jahr? Ja, damals war es jüdisch. Sie waren sehr schön. Und das ist der Juden. Und das ist seine Ersung. Und das bin ich. In welchem Jahr? In der 41. Jahr. Und das bin ich. Was war der Hitler? Technikum. Was hast du gelernt im Technikum? Eisenbahn. Eisenbahn. Das ist was mit Eisenbahn. Eisenbahn studiert. Also was hat das zu tun mit Eisenbahn? Ja, von Eisenbahn. Ja. Von Eisenbahn. Ja. Von Eisenbahn. Und nachdem er kamen. Und nachdem er kamen? Nachdem er kamen. Ich kamen. Ich kamen. Wie sagt man. Ich kamen. Ich kamen. Von Farnbojen. Von Fabriken und so weiter. Und hier. Ja. Und da ist mein Freude. Hier gehört die Freude. Die Freude ist meine Aletke. Aletische. Und da ist sie dann. Und da ist sie meine Freude. Und die Freude ist meine. Und sie ist hier. Aletische. Wie ist sie geheißen? Sie ist gestorben? Wie? Sie ist gestorben? Sie ist gestorben. Lang? Lang, schon 13 Jahre. Oh nein. Sie ist sehr schön und sehr... Sie sind nicht immer für die jüdische Frauen. Aha. Nicht immer für die jüdische Frauen. Das sind meine Kinder. Aber wir kommen die Kinder noch mehr dazu. Wie, wie? Vorher? Vorher? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Gut, wir reden noch ein bisschen. Später wird er gerne. Alles klar. Für was haben Tate Mame euch geschickt in der Hebräische Show? Du sprichst nicht immer so. Beide Kassetten wird er gerne erklären. Also, wir sagen uns, wir gehen. Wir sehen uns vor, Folgen. Dass die Häuser noch nicht verstehen will, dass sie stehen lassen können. Und dann ab und bis zu ihr jemanden sind. Also, wir schihenken. Ich kann es nicht aufgehen können, wir schauen was und sie sind in der Lage. Das ist ja leer. Und dann so gut, was ihr hinzuverläht. Was er nicht leicht ist die Eindrüsten? Vielen Dank. 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 Ja, herzlich, das ist geheißen, der Koloscher Wurst, der Koloscher Minion, der Koloscher... Minion, der Koloscher, der Koloscher, der Koloscher, der Koloscher, Minion, Schul, Kloos... Minion, ja... Minion, ja... Minion, ja... Minion, ja... Minion, ja, ja... Minion... Minion, ja... Minion, ja, ja... Minion, ja, ja, ja... Minion, ja, ja... Minion, ja, ja... Minion, ja, ja... Minion, ja, 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 ja... Minion, ja, ja... Minion, ja, ja... Minion, ja... Weil es hört sich an sehr gerechnet, als in jüdischem Spruch, die, die reden auf Russisch, das sind intelligenten Spruch. Also ist das gerecht? In der Rieber haben sich in einem Sinne mehr oder weniger intelligenten Spruch, vielleicht mehr reden auf Russisch. Nur in jeder Zeit vielleicht mehr reden, so wie sie sich auf jüdisch. Dann vielleicht gehen, mit wemeln, wo nicht ist. Vielleicht mehr reden auf Russisch. Athletisch sehr wenig, sehr wenig. Kamata ist nicht gehört geworden. Und ich habe es gelernt später in Technik, wo bin ich schon gelernt, die Athletische Sprache. Und Russisch habe ich gelernt, alles gelernt allein. Ja, ja. Latgalisch, ich will sagen. Latgalisch. Latgalisch unterscheidet sich sehr von Latisch? Nein, nein, nein. Welche Yonteiven gedenkt ihr von den Kinderischen Jungen? Alle Yonteiven. Aber welchen waren die wichtigsten? Welche Yonteiven? Als Kinder? Nun, ich habe es gelernt, es gibt auch Pesach. Die Mama macht Wein allein und med. Ihr findet sich nicht, was ist es med. Med. Und ihr gedenkt Pesach, der Masch, der Masch, der Masch, der Masch kommt. Das Masch kommt. und die Kinder später zum Sof und von Sender suchen und gefunden haben. Aber in der Tata darf er etwas Verdruck geben. Oder Geld oder was noch etwas. Und dann ist es vorbei. Chanuky ist sehr interessant mit Werflach. Vielleicht noch spielen. Werflach. Weißt du, was ist Werflach? Ja. Wir gespielt in Werflach. Ihr gedenkt ein Chanuk Lied. Jetzt ist er doch Chanuk. Chanuky. Die Melodie ich denke, ich habe die Werte gedenken. Alle gelassen zu Chanuk. Wie? Noch etwas zu Chanuk? Ihr habt noch etwas, was ihr gesungen, Chanuk? Ihr gedenkt etwas von Daphne, im Brauche ist vieles, Boaruch, Aktor. Wann habe ich gegessen Puhren? Puhren? Ja. Wie heißt das, was man macht mit dem Atom? Er ist, er ist. Aber wie geht es mit dem Macha Heike? Gibt es ein Grager? Nein. A Tumler, a Klapper, nicht a Grager. Grager, Dräger, Dräger, Dräger oder Dräger oder Dräger. Er ist ein Trager, Aktor. Er war der Trager, Dräger oder Dräger oder Jan? Er war Däger. Er war Däger, Klapper? Er war Däger? Es war Däger. Er war Däger. Wie heißt das, was man mit jedem, Rall? Noch die 120 Jahre, und dann ein guter Aden. Gan Eden. Noch einmal? Gan Eden. Gan Eden. Gan, weißt du, Eden oder Oden? Gan Eden weißt du? Gan Eden. Gan Eden. Gan, Gan, das ist doch... Was meintav Yiddish Agelom? Agelom? Anar?